Diese Maske wird richtig viele von euch schocken, aber ich dachte, ich mach sie einfach mal. Oder die Tatsache, dass es das Ganze mit Charla ist. Das schmeckt aber wirklich gut. Guckt euch auf jeden Fall das Ergebnis an und versucht einen Screenshot zu machen. Denn wer mir einen Screenshot schickt, bekommt eine Sprachnachricht auf Insta. Und abonniert mich gerne, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. In 3, 2, 2, 1, 1...